Einen schönen guten Morgen meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Mittwoch, den 26. August. Gut, wir beginnen dann wieder mit dem Rückblick auf den Vortag. Wir sind am Vortag mit einem Gap Up in den Handel gestartet, hatten dann im Tageshoch die Marke von 13.221 Punkten erreicht und sind dann wieder nach unten abgedreht, also hier wieder in unserem Short-Bereich nach unten abgedreht, das hatte ganz gut geklappt am Vortag. Am Montag hatte es nicht geklappt, da hatten die Short- und Long-Bereiche nicht hingehauen, weil der DAX dann relativ stark geöffnet hatte, auch direkt mit einem Gap Up und da war dann der Short-Bereich etwas zu tief. Davor hatte es dann zweimal geklappt mit dem Short-Bereich auf der Oberseite und dann mit dem Long-Bereich auf der Unterseite und nun schauen wir uns eben die neuen Markierungslinien für den heutigen Mittwoch an. Für den heutigen Mittwoch sind wir zunächst einmal wieder in den Short-Modus in unserem Trendindikator gedreht, der Kreis ist wieder auf Rot gedreht. Wir haben dann den Short-Bereich zwischen 13.150 und 13.200 Punkten für heute, dann die Signallinie bei 13.100 Punkten genau, also über 13.100 Punkten wäre dann mit weiterer Stärke zu rechnen, darunter dann wieder mit Schwäche im heutigen Tageshandel und der Long-Bereich würde sich dann heute zwischen 12.950 und 13.000 Punkten befinden. Abschließend werfen wir noch einen Blick auf den Wochenstart. Im Wochenstart haben wir die rote Markierungslinie nun bei 13.210 Punkten, dann die dunkelrote bei 13.330 Punkten und auf der Unterseite dann die hellgrüne zwischen 12.910 Punkten und die dunkelgrüne dann bei 12.740 Punkten. Neue Stärke würde sich also breit machen, sobald wir dann über 13.210 Punkte ansteigen, dann dürfte der DAX weiterzulegen und Kurs nehmen auf 13.330 Punkte und sobald wir hier unter die hellgrüne Markierungslinie fallen bei 12.910 Punkten, dürften wir dann weitere Abwärtsdynamik entwickeln und dann Kurs nehmen auf den Bereich hier der dunkelgrünen Markierungslinie bei 12.740 Punkten. Gut und damit wären wir dann mit dem ING Markets Morning Call für den heutigen Mittwoch erstmal wieder durch. Ich melde mich dann wieder am morgigen Donnerstag mit dem ING Markets Morning Call und wünsche Ihnen für heute dann viel Erfolg. Vielen Dank.